Hallo liebe Freunde der Familienzeit und der Freuzeit und Ahoi! Ja, wir nehmen Kurs auf Kreuzfahrt, entsprechend auf Freuzeit-Kreuzfahrt und was wir alles erlebt haben bei unserer Anreise und an unserem ersten Seetag, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! 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 уль wissen willst, wie das mit der Kanalmitgliedschaft funktioniert oder was das überhaupt ist, dann schau mal gerne hier oder hier aufs i oder entsprechend bei uns im Kanal. Da seht ihr das Ganze dann. Und ja, wenn ihr kein Kanalmitglied seid, dürft ihr euch noch ein bisschen gedulden und zwar wird dann das Video von Aroba irgendwann kommende Woche online gehen. Also ihr verpasst es auf keinen Fall, dürft allerdings noch ein bisschen Vorfreuzeit haben sozusagen und bekommt es dann nächste Woche. Ihr habt jetzt das Best Off gesehen hier, entsprechend von unserer Anreise, von unserem ersten Seetag. Es gibt natürlich auch die altbekannten und bewährten Vlogs, die wir so lieben, die ihr so liebt. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern bis April planmäßig. Dann gibt es auch die Freuzeit Vlogs von uns. Es war ein aufregender Start auf jeden Fall in die Reise von unserer Karibik-Tour. Ist halt schon eine recht lange Anreise mit Flugzeug und Co. Wir hoffen, ihr hattet jetzt viel Spaß mit diesen Best Off-Momenten und freuen uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und klickt dann gerne auch die Glocke. Dann verpasst ihr zukünftig nichts mehr von unserer Freuzeit auf der Kreuzfahrt, im Freizeitpark oder beim Camping. Und zum Schluss von diesem Video möchten wir noch Danke sagen und zwar beim Reisebüro unseres Vertrauens. Und zwar buchen wir unsere Reise immer über Selina von Best Reisebüro Albatross aus Rastatt. Auch wenn ihr nicht aus Rastatt seid, wir sind es ja auch nicht, schaut gerne mal auf der Internetseite beziehungsweise bei Instagram vorbei. Das schreibe ich euch gerne in die Beschreibung und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr nicht aus Rastatt seid, gerne über das Best Reisebüro Albatross buchen. Sagt gerne einen lieben Gruß von uns und ja, vielen Dank auf diesem Weg für die tolle Reiseplanung und für die Unterstützung, die wir immer bekommen von dort. Und ja, was passt besser am Schluss von dieser Anreise? Ihr denkt zum Schluss bitte wie immer daran, die nächste Freuzeit kommt bestimmt. Bis dahin, euer Simon. Bis dahin, euer Simon. Bis dahin, din